Manduki Pava Asana, auch genannt Manduki Pavasana, die Stellung des Meisters Manduki Pava. Svenja zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Fersensitz. Vom Fersensitz ausgehend strecke die Beine nach hinten. Du könntest dieses Asana natürlich auch im Rahmen des Sonnengroßes üben. Dann hebe einen Arm hoch und gib den Arm hinter den Rücken. Du kannst dabei entweder, so wie Svenja jetzt zeigt, dich dabei drehen oder du kannst probieren, so gerade wie möglich zu bleiben, obgleich du nur noch auf einem Arm bist. Eine dritte Variation von Manduki Pavasana ist, erst zum Hund kommen und dann vom Hund einen Unterarm hinter den Rücken geben. Auch hier kannst du zum einen gerade bleiben und zum anderen kannst du dich öffnen und zur Seite drehen. Das sind verschiedene Variationen von Manduki Pavasana, Stellungen des großen Meisters Manduki Pava. Der gilt als einer der 84 Nath-Siddhas, einer der 84 großen Meister der Nath-Tradition, nach denen 84 Asanas benannt wurden. Manduki heißt übrigens auch weiblicher Frosch, Froschweibchen, aber diese Stellung hat nichts mit Frosch zu tun, sondern mit dem großen Yogi Manduki Pava. Mehr Infos zu diesem und anderen Asanas auf wiki.yoga-vidya.de Man war eine dritte Variationen von Manduki Pavasana Er istuci Weekly Pputschweiz Dien нельзя, wo wir uns aus derhnlichen그 Vangstag, nach Wienerde Weib Din Damok